hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünfelder land 1.5 ich wollte eigentlich dünger holen ja kein bock dir geld zu geben also lass mal schön die motorsäge weg hier muss mich jetzt nicht gleich köpfen immer ruhig bleiben ja 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 alles gut nee keine ahnung ich habe ich bin gerade so ein bisschen am überlegen wie es weitergehen soll weißt du ja agrargenossenschaft ist gut dass die jetzt zu ende ist und der trecker ist auch schön dass ich den habe aber ich muss so ein bisschen überlegen wie es weitergeht würde ich jetzt erstmal kein dünger holen wird auch meine felder jetzt erstmal nicht bestellen mal gucken wie es so weitergeht auf dich ja sorry dass ich so deutlich bin da musste jetzt nicht also du kannst gerne mit einer palette bier vorbeikommen dann können wir das klären kann ja auch 80.000 liter vorbeibringen und meine braucherei ist voll wenn man nicht auf hofieren swimming pool ja da waren zwei schweine fuzzi machen wir das bier in den swimming pool und immer hier wellness bad ok machen sobald es dort ist es ist relativ schnell ist es egal ich fahr jetzt mal nach hause guck mal was noch so rum liegt was ich noch tun kann und dann haben wir uns da treffen ja ich hole mal schon mal guck mal ob da ein bisschen bier reingeht aber putz vorher im pool dass man daraus auch dass man das auch trinken können ja ja sonst verschwenden ich glaube da passt keine palette rein schade aber daneben stellen dann kann man im pool sitzen und direkt von der palette nehmen oh ja das wäre gut vor allem guck mal da hoch ey baller die sonne oh ja ja wenn du da bist dann rufen mich an dann komme ich vorbeigeflitzt okay gut ist dann mal da bis dahin machen machen wir doch mal so so wir hatten ich glaube es sind schon wieder zwei wochen her dass wir neue folgen rausgebracht haben das hängt zum einen damit zusammen dass ich eine aufnahme keine zeit hatte und dann letzte woche dann auch irgendwie zu wenig leute da waren zur aufnahme und deshalb gab es in den letzten zwei wochen keine aufnahmen und wir müssen auch ganz ehrlich sagen zurzeit ist es so dass einfach viel zu wenig teilnehmer beim rp dabei sind und auf einer vierfach map ist es dann ein bisschen schade dass nun fünf manchmal sechs leute da sind um mitzuzocken die map ist eigentlich schon für alle sieben acht höfe ausgelegt aber wenn die natürlich nicht benutzt werden dann ist es irgendwie nicht so praktisch bei der riesen karte bei den vielen produktionen weil dann geht es einfach nicht voran und darum spielen wir mit dem gedanken das weitergeht und deshalb gab es eben auch die letzte die letzte woche die letzten zwei wochen eben keine folgen jetzt fahren wir mal nach hause diese woche gibt es auf jeden fall noch mal sieben folgen ich werde jetzt auf jeden fall ich würde gern noch mein dienster ich wollte mal fragen ob du einen tieflader hast ja hätte ich ich müsste nämlich noch mein mein vollamter aus dem wald holen ja den kannst du bei mir holen wenn du zeit hast okay dann komme ich später mal vorbei ich habe eben dass der auch dran hängen außerdem du hättest einen ja habe ich auch einen das passt ja der schlüssel steckt auf jeden fall der steht bei mir in der halbe drin gut gucke ich nach danke tschau auf jeden fall morgen läuft es nämlich ein bisschen schneller sonst ich da jetzt erst hinlaufen muss und dann mal mit dem vollander zurückfahren den würde ich nämlich auch noch gerne an den ruf stellen vielleicht lasse ich nämlich jemanden mal kommen und lasse meine Maschinen schätzen beziehungsweise ist es dann ein bisschen einfacher, falls ich meinen Hof veräußern möchte. Dann ist das alles ein bisschen auf einen Flecken und dann kann man da easy alles verkaufen auf einmal. Ich werde jetzt vielleicht mal gucken, was wir im Silo noch haben und das gleich mit den zwei Anhängern hier wegfahren. Es geht natürlich zum Lidl, weil da sind wir dann schon beim Prüber um die Ecke. Wir haben ja schon die Eier verkauft, ich weiß gar nicht wie viel, oh Gott, das ist alles dreckig. Ich glaube, ich gebe erst mal den Trecker waschen. Da haben wir uns eine neue Sämaschine gekauft und dann, dann brauchen wir die gar nicht so oft. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich wollte nämlich gerade auf den kleinen Strautmann-Anhänger hinten noch die Dinger drauf machen, die Planken, dass ich da auch ein bisschen was einladen kann, dann kann ich mit zwei Hängern zum Verkaufen fahren. Irgendwie weiß ich nicht, irgendwie war die... Also ich finde es richtig cool, dass ich wieder mit Jean-Gier fahre, aber irgendwie war die Investition, wenn ich so überlege, eventuell auch unnötig. Aber naja, was tut man nicht alles fürs gute Wohl. So. 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 Okay, da wäre Platz. Die wären auch beim Aldi am höchsten. Und Moron wäre auch beim Aldi am höchsten. Dinkel beim Edeka. Elefantengras. Wir haben zwei Ladungen. Also Weizen und Gerste machen wir jetzt mal hier rein. Dann fahren wir zum Lidl. Und nach dem Lidl fahren wir dann im Wald. Also holen wir uns den Tieflader vom Krüger. Und dann fahren wir in den Wald und holen unseren Harvester. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass der dann bei mir am Hof steht. Ich bin mir auch nicht sicher. Eigentlich sollte ich noch ein paar Schweine holen. 30 Stück kriege ich ja noch und sonst. Eigentlich sollte ich schon noch alles mitnehmen, was geht. Weil ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen Pause machen und mir überlegen, ob ich weiterhin so der Palettenheilig sein möchte. Es ist mir nämlich ein bisschen zu sehr, ich weiß auch nicht, Palettenlastig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nur mit Paletten zu tun. Ist nicht so toll. Hat mir gut Geld gebracht. Das denke ich schon. Und ich hatte auch so ein paar Produktionszweige, sag ich jetzt mal. Ich habe so ein paar Produktionszweige, die mich so in einer Monopolstellung haben. Aber ich glaube, ich werde das aufgeben. Ich möchte mich ein bisschen verändern. Ich glaube, ich bin der Tempomaten jetzt. Große Nachfrage bei Holzmichel. Alter, wenn das jetzt Elefantengras wäre. Schade, nein. Was will der denn? Holzmichel. Holzscheite. Alter, habe ich noch Holzscheite? Kann man die Kreuzung blockieren? Holzscheite. Nein. Ja, zwei Paletten, ey. Das lohnt sich auch nicht, wirklich. Das ist eben das. Ich kam ja nie dazu, die Produktion richtig so zu betreiben. Das war einfach viel zu viel zu tun. Aber naja. Boah. Boah. Das scheint ich mir nicht zu nim. Das ist alles. Ja. Das ist es. Ich war ja. Sooo aber liebe Leute das war es auch für die heutige Folge Real Farming LS19 meets Reality ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da schaut morgen nochmal rein bei der nächsten Folge Real Farming bis dahin Macht's gut Tschüss